Warum investieren Milliardäre wie Bill Gates und Richard Branson in Bitcoin? Und wie kannst auch du daran teilhaben? Seit 2009 wächst der Bitcoin schneller als jede andere Währung auf diesem Planeten. Und viele Menschen haben Millionen damit verdient. Das größte Wachstum allerdings steht uns noch bevor. Bitcoin und andere digitale Währungen sind das mit Abstand erfolgreichste Investmentsegment des letzten Jahrzehnts. Und jeder kann daran partizipieren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos liegt der Wert des Bitcoin bei rund 2300 US-Dollar. Doch je mehr Menschen die Vorteile des Bitcoin kennenlernen und ihn für die alltäglichen Zahlungen verwenden, desto mehr wird das Wachstum anhalten. Wenn du die tausenden neuer Menschen, die täglich neu in den Bitcoin einsteigen und all die Firmen, die neuerdings den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, mit der Tatsache kombinierst, dass nur eine limitierte Menge an Bitcoins verfügbar ist, dann verstehst du auch, dass durch das begrenzte Angebot und die rasant wachsende Nachfrage der Wert des Bitcoin noch viel weiter steigen muss. Fakt ist, viele Experten sehen den Bitcoin innerhalb der nächsten zehn Jahre auf Preise bis hin zu einer Million pro Bitcoin steigen. Tim Draper, Gründer DFJ Venture Capital, sagt, Bitcoin wird in drei Jahren über 10.000 Dollar wert sein. Jeremy Liu, erster Investor der Multimilliarden-Dollar-Social-App Snapchat, sagt, Bitcoin kann 2030 realistisch 500.000 Dollar pro Bitcoin wert sein. Wences Casares, CEO von Xapo, prophezeit, in zehn Jahren wird der Bitcoin zwischen einer halben Million und einer Million US-Dollar wert sein. Es ist wirklich unschwer zu erkennen, warum die erfolgreichsten und reichsten Unternehmensgründer und Investoren in Bitcoin einen so großen Teil ihres Portfolios einnehmen lassen. Was allerdings die meisten Menschen nicht verstehen, ist, dass wirklich jeder daran partizipieren kann und du nicht bereits Millionen besitzen musst, um dich an dieser Jahrtausend-Chance zu beteiligen. Fakt ist, wenn du heute nur 100 Dollar wert an Bitcoins besitzt und der Bitcoin geht hoch auf eine Million, dann ist dein Anteil 43.000 Dollar wert. Aber all das nützt dir nichts, wenn du nicht weißt, wie du startest. Es gibt zwei Möglichkeiten, um sich als Normalbürger an dieser fantastischen Möglichkeit zu beteiligen. Die erste ist, du eröffnest vollkommen kostenlos ein sogenanntes E-Wallet, quasi ein Bitcoin-Konto bei einem der unzähligen Anbieter, kaufst dir dort Bitcoins und lässt sie dort liegen. Genauso wie mit einer Aktie nimmst du nun an der zu erwartenden Wertsteigerung teil. Die zweite ist, du investierst über den Bitclub ins Bitcoin-Mining und vermehrst deine Bitcoins, indem du dich an den zum Mining erforderlichen Hochleistungskomputern beteiligst. Du kaufst also physisch Hardware, musst dich aber um nichts kümmern, denn das übernehmen unsere Experten. In unseren ersten zweieinhalb Jahren haben wir vom Bitclub über 50.000 Bitcoins in einem Gesamtwert von über 115 Millionen US-Dollar für unsere Mitglieder geschürft. So wird in unserer Mining-Farm in Island tagtäglich ein kleines Vermögen geschaffen. In unserer digitalen Welt gibt es derzeit keine lukrativere Investitionsmöglichkeit als in Computerkapazität. Dieser hochlukrative Geschäftszweig ist normalerweise, wie so oft, nur Großinvestoren vorbehalten. So verlangen die führenden Mining-Pools ein Minimuminvestment ab einer Million Dollar zum Einstieg. Von den weltgrößten Mining-Pools kannst du nur im Bitclub bereits ab 500 Dollar Anteile erwerben. 1000 Tage bist du nun entsprechend deines Anteils an den täglichen Auszahlungen beteiligt. Ein im System verankerter automatischer Zukauf weiterer Anteile garantiert dir eine zeitlich unbegrenzte Laufzeit. Als seriöses Unternehmen können wir keine Prognosen für die Zukunft abgeben, doch können wir belegen, dass Club-Mitglieder, die Anfang 2015 einen Pool-Anteil für 3500 Dollar erworben haben, nach nur 30 Monaten sage und schreibe Bitcoins im Wert von 28.000 US-Dollar erwirtschaftet haben. Frage dich selber, ob du im schlechtesten Falle mit einer Verdoppelung deines investierten Geldes innerhalb von 1000 Tagen zufrieden bist? Wenn ja, dann solltest du sofort dein Bitclub-Konto aktivieren. Die Insider-Informationen, die unsere Mitglieder erhalten, haben schon unzählige Partner zu Millionären gemacht. So haben tausende Mitglieder zum Beispiel Ethereum zu Preisen von unter 10 Dollar gekauft und damit so nebenbei ihr Investment teilweise verzwanzigfacht. Die Anonymität des Bitcoin, gepaart mit der Anonymität des Internet, ermöglicht nun jedem Menschen auf dem Planeten den Einstieg in diese faszinierende und äußerst lukrative Welt der digitalen Währungen. Registriere dich jetzt über den unten stehenden Link im Bitclub und folge den Anweisungen zur Aktivierung deines Kontos.